ich denke es ist gut hier unten aufnehmen ist aber auch wieder eine scheiße ich bin nicht mehr lebt ich noch nicht da ist doch Ja, noch schlimmer. Ich muss ja jetzt laufen. Ich hoffe, da kommt jetzt kein Fußgänger, Radfahrer oder irgendwas in der Richtung. Upsa. Das ist ein Schleifschweiß. Das ist ein Anstrengchen hier, Lio. Ja. Wooh. Ja, so. Kontrolliert ist anders, wenn man so schön sagt. Ich versuche immer eine Kurve reinzukriegen. Das ist schwierig genug. Das scale sieht jetzt nicht aus. Eine Bohm kannst du so fliegen, aber da ist doch kein Jet Ranger. Ich muss so ein paar Anflüge machen. Ich muss so ein bisschen mehr anziehen. aber aber einer fels zu komischer kann ich auch wenn sie kommen fliegen glaube ich nicht übers wasser eins gelernt haben nicht übers wasser ruflich sein scheiß zusammen her unfassbar da bleibt alles die rechts links bewegung wieder anders alles andere bleibt wenn ja notstoffen ziehen was ist mit automatischer landung Milchböen nein der sap er blinkt aber schon also wir müssen zurück runter 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 nicht so was war so nicht so was war so jajjajjaj Das ist ein ganzes Wettbewerb.